Was ist mein erster roter Teppich, aber ich wollte schon immer auf den Red Carpet gehen? Ehrlich? Ich wollte schon seit gefühlt drei Jahren wahrscheinlich, wollte ich schon auf den Red Carpet gehen. Ja, aber wir können sie nicht auf jeden roten Teppich mitschleppen und auch nicht mit sechs. Und deswegen haben wir noch gewartet, bis so der passende Moment kommt. Und jetzt sind wir ja bei der McDonalds Kindergala und es ist Samstag und sie ist keine drei mehr und da hat auch keine Windeln mehr an. Und deswegen haben wir gedacht, es ist heute der perfekte Zeitpunkt und sie wollte auch unbedingt. Wir haben jetzt auch irgendwie keine Ausreden mehr gefunden. Aber sie sieht toll aus. Ja. Und man sieht auch, dass sie sich wohl fühlt, oder? Ich fühle mich jetzt am Anfang so ganz, ganz vorne, habe ich mich richtig so, richtig so, oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Aber jetzt habe ich so, das ist richtig so das Gefühl bekommen, dafür den Red Carpet zu machen. Du hast auch das richtige Prinzessin-Kleid an. Es soll eigentlich, ich habe mir das selber in Las Vegas ausgesucht. Und es soll eigentlich kein Prinzessin-Kleid sein. Aber es sieht ganz toll aus. Du, ihr unterstützt McDonalds auch schon lange, oder? Ja, genau. Wir sind bestimmt schon seit fünf Jahren, es gibt ja ein Vor-Corona und Nach-Corona, also ich war schon lange vor Corona dabei, bei der Trostpflaster-Auktion war ich mal die Schirmherrin. Das ist bestimmt schon, boah, da war sie vier noch klein, sechs Jahre her. Genau, so lange sind wir schon dabei. Es gibt ganz wenige Sachen, die wir machen, was so Charity betrifft oder überhaupt so große Events, aber das ist uns trotzdem immer sehr wichtig. Schön. Also ihr spendet nicht nur Geld, ihr gebt auch eure Zeit und richtig Manpower hinein. Wir sind heute richtig auf einem Abenteuer von Las Vegas mit einem Stop, der viel, viel zu lang war in Denver, in der letzten Sekunde hier angekommen. Aufregend. Sehr aufregend und trotzdem lassen wir es uns natürlich nicht geben, hier zu sein. Dann komme ich auch immer, also egal, ob von Las Vegas oder Denver. Aber es war knapp. Ja, wir sind seit drei Stunden in München und ich war ungeschminkt, also könnt ihr euch vorstellen, was für ein Stress das war. Aber du bist ja Profi, das geht schnell. Ja, ich klatsche die zwei Kilo drauf, das ist gut. Warst du im Urlaub oder auch beruflich? Beruflich, genau, weil wir sind ja im Frühjahr wieder auf Sendung, also ganz knapp, das war rekordverdächtig, was wir hier gerade machen. Bis Februar acht Folgen, das hatte ich so noch nie, innerhalb von zehn Wochen. Ja, ich glaube, das pusht einen auch. Ja, genau, das ist ja auch geil. Man braucht so eine Herausforderung auch, finde ich, macht das schon so lange. Man braucht es so eine Maschine geworden, die ist so stark geworden durch ihr ganzes Training. Da zieht ihr das mit links durch. Aber jetzt wird es ein bisschen entspannter beim Essen, oder? Schön wäre es. Genau, es ist aber auch entspannt, sobald wir hier rein sind, setzen wir uns hin, dann gibt es unsere zwölf Gänge und dann wird schön gegessen und das wird dann einfach nur schön. Ich freue mich sehr auf die Zirkusvorstellungen. Wie lange bleibt ihr in München? Bis morgen früh um sieben. Und dann geht's wieder zurück. Genau. Geht's wieder zurück, dann muss ich gleich wieder auf die Bühne. Oder darf auf die Bühne. Auf welche? Auf die Megafark-Bühne. Ah, gut. Ja, das Klaus singen. Singen, natürlich. Während er auf der Bühne steht, mache ich dann die Waschmaschine an. Die läuft dann durchgehend.